Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werde ich euch das vierte Teaserbild zeigen, das am Mittwoch erschienen ist. Leider kann ich das Video nicht ganz früh machen, weil ich keine Zeit am Nachmittag hatte und deshalb kommt es jetzt erst am Abend. Aber auf jeden Fall kann man hier schon eine Banane erkennen. Ich finde es sieht ein bisschen aus wie Pikachu, soll natürlich auch nicht so gemeint sein, weil das hier wirklich nur eine Banane sein soll. Und das wurde ja schon angekündigt im Reddit-Forum, dass Season 8 etwas mit Bananen zu tun hat. Das ist sozusagen nur noch die letzte Lücke im Bild. Und wenn man zum ersten hier die Entdecke die Welt vor das Schicksal heraus, ergründe die Wunderabenteuer voraus, passt eben halt auch wieder zu Piraten mit Welt entdecken und für Schätze aufs Schicksal einfach herausfordern, Wunder ergründen. Mit Arbeit glauben passt das ja auch immer, Abenteuer voraus. Das ist ganz klar Piraten-Thema. Und wenn man das jetzt alles zusammenfügt, erkennt man hier diesen Skin oder Kopf. Sieht ein bisschen aus wie von Rettet die Welt die Husks, diese Zombies. Und rechts haben wir eben halt diesen Phönix, oben rechts den Enterhaken, links die Schlange und unten links die Banane. Die Banane hat jetzt eigentlich noch nicht so viele Informationen gegeben, aber man sieht hier unten, das ist eigentlich ziemlich klar ein Vulkan. Hier dieses Geriffelte passt perfekt zum Vulkan, hier sprießen die Funken raus und das sieht schon sehr, sehr stark danach aus. Das hier an der Seite hat nichts Bedeutendes, soll nur ein Lückenfüller sein, damit es nicht ganz so leer aussieht. Allerdings ist auf jeden Fall das Team der Season 8 Piraten und Feuer. Das sind die zwei Hauptthemen, Vulkan, Feuer und Piraten, Monster, Seemonster. Also ich denke mal, dass das auch eher so eine Seeschlange ist, als jetzt irgendwie eine wirkliche Landschlange. das heißt, das würde auch zum Seeungeheuer-Thema passen. Also das im Prinzip, man kann sich vorstellen, das ist das Ungeheuer der Piraten und das ist das Ungeheuer des Feuers. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass es dann dazwischen Kampf gibt, zum einen zwischen Feuer und Piraten und zwischen der Bestie des Feuers und der Bestie der Piraten, also zwischen Schlange und Phönix. Ja, allerdings kommt ja morgen das Update. Um 8.30 Uhr endet die Season 8. Das heißt, falls ihr noch nicht alle Challenges abgeschlossen haben solltet, dann macht das wirklich schnell, weil ihr ja auch den Season 8 Battle Pass kostenlos bekommen könnt, wenn ihr das macht. Und wenn ihr den Season 8 Battle Pass euch dann kauft, dann bekommt ihr den ja gratis, aber es ist ja trotzdem noch so, als würdet ihr ihn kaufen, dann tragt irgendeinen Creator ein, damit ihr ihn nochmal zusätzlich unterstützt. Ich habe leider keinen Creator Code. Ich müsste dafür 1000 Abonnenten haben und die habe ich ja leider noch nicht. Natürlich, wenn ihr jetzt noch Abo und Like durchhaut, dann würden wir das natürlich auch irgendwann schaffen, aber definitiv nicht bis morgen. Deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Abend und dann sehen wir uns morgen in der Season 8 wieder. Ich werde euch direkt auf dem Laufenden halten, was dann alles neu reingekommen ist. Und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.